Ja, hallo, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Gerrit Mann. Wir kümmern uns um Probleme, die wir mit Glasfaser-verstärkten Kunststoffen lösen können. In diesem Fall nicht das Problem mit GfK, sondern wie transportiere ich GfK? Unserem Kunden hat die bisherige Lösung, klassische Holzpalette, die Bauteile da draufgelegt, mit Schaumstofffolie getrennt und dann das Ganze vergurtet und mit Folie verpackt, nicht gefallen, weil man hat hinterher in der Fertigung viel Müll, den man entsorgen muss. Man hat auch nicht direkten Zugriff auf die richtigen Bauteile und dafür haben wir ja schon eine Lösung, die wir aber jetzt das erste Mal auch angewendet haben für diesen Kunden, wo wir auch gesagt haben, okay, wir bauen diese Gestelle, um halt in der Logistik eine vernünftige Lösung zu kriegen. Das, was unsere Lösung ist, sind Ladungsträger, die bestehen aus einem festen Grundrahmen, aus verzinktem Stahl. Der ist super dafür, um den längs als auch quer mit dem Gabelstapler vernünftig aufnehmen zu können und darauf haben wir einen Rahmen aufgebaut mit Schiebefächern, in die man die Produkte reinschieben kann und dann mache ich eine Tür zu und das Ganze ist auch so gegen Verwackeln gesichert, dass es auch nach 500 oder meinetwegen auch 2000 Kilometern beim Kunden unversehrt ankommt und der hat gleich die richtigen Bauteile im Zugriff. Ja, ihr könnt euch vorstellen, solche Ladungsträger sind natürlich teurer, als wenn ich einfach nur Holz und Kartonage und Folie nehme. Wenn man sich das allerdings durchrechnet, wenn man eine entsprechende Stückzahl hat, dann habe ich irgendwo den Punkt, bei dem die Einmalkosten für die Aluminiumgestelle dann halt günstiger sind als den Verpackungsaufwand, den ich auch jeweils bezahlen muss. Für solche Anwendungen und für solche Fälle bietet sich das natürlich an, diese Ladungsträger zu entwickeln und zu bauen und da bieten wir auch Lösungen an. Das schauen wir uns jetzt mal an und zwar erstmal bei der Konstruktion und Entwicklung, wo wir das Ganze als 3D-Modell entwickelt haben. Ja, was wir hier sehen, ist das 3D-Modell der Ladungsträger, die wir uns nachher in der Fertigung angucken. Wir haben natürlich überlegt, welche Produkte müssen in welchen Ladungsträger rein, haben aufgrund des Standardrahmens dann diese Ladungsträger entworfen, sodass die Bauteile wirklich gut geschützt sind. Und wie man sieht, Entwicklung und Design hier alles aus einer Hand, sodass man auch wirklich ein Produkt erhält, was passt. Also hier seht ihr eine Standardverpackung, bestehend aus Holzpaletten, Holzbalken, die man verwendet. Darauf eingepackt, die einzelnen Artikel. Das Ganze noch eingepackt mit kartonierten Ecken hier, also Karton-Ecken, wie auch immer die Dinge heißen, und mit Folie. Ist natürlich auch eine Art der Verpackung. Ich habe aber hinterher, wenn ich es aufmache, entsprechende Müll, den ich entsorgen muss. Und ich habe halt auch nicht jedes Bauteil in Zugriff. Hier haben wir Gott sei Dank viele Gleichteile. Brauche ich aber als unterste Bauteile als erstes, habe ich das Problem, weil ich alle anderen erst wegnehmen muss. Bei den Ladungsträgern, die wir bauen, habe ich das nicht, weil ich an jedes Bauteil direkt rankomme. In der Fertigung, so wie in der Logistik, haben wir die Probleme, dass hochwertig lackierte Bauteile vernünftig verpackt werden sollen, sodass sie auch transportsicher sind. Und auch nach mehreren hundert oder tausend Kilometern und Transport genauso beim Kunden ankommen. Bisherige Lösungen, wie zum Beispiel auf Holzpalette, mit Folie dazwischen, mit Papieren dazwischen, sind nie so toll, weil die irgendwie die lackierte Oberfläche angreifen. Hier haben wir mit einem Kunden eine Speziallösung gemacht, und zwar Ladungsträger, die mehrfach verwendbar sind, aus Aluminiumprofilen. Wir setzen hier auf einen Standardrahmen, den man super mit einem Gabelstapler von der Stirnseite oder auch von der Längsseite her aufnehmen kann. Darauf aufgebaut ist eine Aluminiumkonstruktion. Also an dieser Stelle wird hier eine Tür eingebaut, um auch die Profile gegen Rutschen zu sichern. Und dann hat man hier wirklich einzelne Fächer, die hier sehr schön ausgekleidet sind, mit Filzen, wo die Bauteile rauf können, die werden reingeschoben. Es ist auch klar definiert, welches Bauteil an welche Stelle kommt. Und somit haben wir eine einfache Fertigung, weil unsere Mitarbeiter genau wissen, welches Bauteil kommt wohin. Der Lackierer weiß es ebenfalls und auch der Endkunde. Heißt also, dieses Gestell geht von uns über den Lackierer zum Endkunden und wieder zurück. Jeder weiß, welches Bauteil kommt wohin. Die Bauteile sind toll geschützt. Und man hat halt die Riesenvorteile, man hat keine Holzverpackungen, die man wegschmeißen muss. Man hat keine Kartonagen, Styropor, die wir sonst verwendet haben an der Stelle. Diesen ganzen Müll muss man nicht mehr entsorgen. Man hat entweder ein volles oder leeres Gestell, was halt wie so eine Getränkekiste zwischen uns und dem Endkunden und Lackierer hin und her geht. Ja, wie ihr seht, haben wir hier einen Ladungsträger, den wir auch für Produkte nehmen, die zwischen uns und dem Lackierer hin und her gehen, aber genauso zwischen Kunden und uns hin und her gehen können. Man hat die Ladungssicherung damit gleich erledigt. Ich habe ein Gestell, was mit einem Gabelstapler sehr einfach bewegt werden kann, stirnseitig als auch von der Seite aufgenommen werden kann. Und über diese Tür hier sind die Produkte auch gegen verschiedene Verwackelungen gesichert. Wenn wir reingucken, sehen wir hier, man hat hier einen Schaumstoff, der praktisch das Produkt andrückt, damit es nicht verwackeln kann. Und ich habe hier einzelne Fächer, in denen die Bauteile korrekt eingelegt werden können, sodass jeder Mitarbeiter bei uns in der Fertigung, als auch beim Lackierer, als auch beim Kunden direkt das richtige Bauteil aus der richtigen Position nehmen kann, ohne andere Bauteile hin und her zu sortieren. Jetzt habt ihr gesehen, wie wir Ladungsträger entwickeln und bauen. Ein Mitgedanke dabei ist natürlich, Ressourcen zu schonen. Man spart sich Kartonagen, Holz, Folie. Ich habe stattdessen Alu und die Gestelle. Die kann ich aber wiederverwenden. Das heißt, für das nächste Projekt nehme ich die irgendwo auseinander, baue das Gestell vielleicht ein bisschen um. Umwelt an der Stelle ist natürlich ein interessantes Thema. Also wenn du auch zu unseren weiteren Videos informiert bleibst, auch vielleicht zum Thema Umwelt und grünes GfK, dann abonniere unseren Kanal, like uns, schreib vielleicht Kommentare rein zu Fragen, die du noch hast und bis zum nächsten Mal. und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.